So, einen wunderschönen guten Morgen, ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute, einen Augenblick, so, jetzt muss ich mal ganz kurz hier den Tab stumm schalten, habe ich mir selber gehört, einen wunderschönen guten Morgen, ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting, schon mal ganz kurz hier in die Trading Chatbox, das Livestream für Guten Morgen Traders, auch, zack, im Hinblick auf genau diesen Bereich, wo ihr eure Fragen natürlich hier in den folgenden Minuten stellen könnt, wir wollen gemeinsam mit Markets einen Blick hier einmal auf die Märkte, uns gönnen und schauen, wo wir derzeit stehen. DAX hat jetzt die 15.500er Marke und auch die gestrigen Tageshochs erobern können, wir können uns jetzt im Bereich um und oberhalb stabilisieren, das ist grundsätzlich erstmal ein bullisches Signal, welches dann auch die gestern schon skizzierte Überlegung im Hinblick eben auf den weiteren Aufschläge, Ziele 15.700 Punkte eventuell und auch darüber hinaus aktiviert. Wir werfen gleich natürlich noch einen Blick auf den Chart in dem Zusammenhang, wir werfen einen Blick auf die Earnings von gestern, Netflix hat nachbörslich Zahlen berichtet, waren alles in allem sehr solide, nichtsdestotrotz, wir haben halt, ich sag mal, verhältnismäßig viel eingepreist natürlich, ausgehend von dem Break höher und sehen dann eben jetzt leichte Abschläge, also es ist nicht dramatisch, tatsächlich, wir müssen mal sowieso schauen, ob die Aktie dann heute für den Handel sich als potenziell heiß herauskristallisiert, also ausgehend vom vorbörslich gehandelten Volumen. Informationen dazu werden wir dann in den folgenden Stunden natürlich erhalten. Wir haben heute nachbörslich Tesla Earnings, da wird es natürlich super spannend, besonders nach diesem jüngst wieder sehr, sehr scharfen Kursanstieg über die 800er Marke. Das gestern skizzierte Szenario mit dem Pop-Gap-Up über oder auf neue Allzeithochten und eventuell dann dem Pull-In, also dem Rücksetzer, ist natürlich definitiv gegeben. Wir haben gestern einen Lauf zu sehen bekommen in Silber Richtung 2024, das hat mich dazu veranlasst, tatsächlich ausgehend, ich werde es gleich berichten oder zeigen. Ich hatte kurzzeitig überlegt, ob ich gegen diesen Bereich schon eine erste Teilgewinn-Mitnahme auf den Weg bringe, wie ich das letzte Woche skizziert hatte, im Morning-Meeting, am Freitag war es, und habe dann mich tatsächlich dazu entschieden, die 2024 als ersten Teilgewinn-Mitnahme-Bereich eben tatsächlich für meinen Trader auf den Weg zu bringen. Warum, wieso, weshalb? Das hat besonders mit der relativen Schwäche von Gold zu tun. Gold hat sich allerdings jetzt auch wieder ein bisschen fangen können. Da werfen wir gleich natürlich auch noch einen Blick entsprechend natürlich drauf. Interessanterweise relative Stärke gerade. Wir sehen nämlich zeitweise oder zeitgleich den Zins-10-jährige US-Schuldtitel eben deutlich anziehen. Ja, also ihr seht, wir haben auf jeden Fall einiges zu berichten. Bitcoin werfen wir auch noch einen Blick drauf, im Hinblick eben auf die jetzt zeitnah wahrscheinlich anzulaufenden Allzeithochs, bevor wir allerdings ganz offiziell starten. Hier einmal der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hierfür nicht für jeden Anleger geeignet. Ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil mache man sich eben mit dem zunächst vertraut, entscheidet dann, ob sich dieser Handel mit den Produkten für einen eignet und darüber hinaus geht. Dann findet man auf der Webseite markets.com.de entsprechend die Möglichkeit, sich eine Demo kostenlos herunterzuladen. Wenn man dann im risikofreien Demo-Modus Fuß gefasst hat und feststellt, das passt für mich, auch risikotechnisch, dann kann man den Schritt zum Live-Handel gehen. Wie gesagt, auch der vollständige Risikohinweis auf markets.com.de. Da findet ihr auch weitere Informationen zur Produktpalette von Markets, Multi-Asset, Brokerage und dergleichen ist da so das Stichwort in Anführungsstrichen. Also es ist nicht nur auf CFD und FX-Produkte, gehebelte Handelsprodukte, Querstich-Dirivate beschränkt, sondern auch auf physische Aktien, klassische Aktienhandel, ETFs und dergleichen. Schickt dann eine E-Mail an Elena für weitere Informationen. Gerne mich kontaktieren, sowohl hier jetzt in der Chatbox während des Livestreams, im Hinblick eben auf Fragen zu den Märkten, zu betrachtenden Märkten, beziehungsweise schickt gerne eine Mail an jklat at jk-training.com oder aber kontaktiert mich via Twitter oder aber kontaktiert mich auch über meine Webseite jk-training.com slash forum. Da haben wir eine Trading-Chatbox alltäglich, wo wir dann eben die Möglichkeit haben, uns zu den Märkten auszutauschen. Hier ist einmal die MarketsX-Handels-Plattform und hier in dem Zusammenhang dann der DAX. Ich mache den mal ganz kurz groß, während ich so einerseits hier erstmal, das sind die hochs von gestern, diese Region, Bereich 15,5, 25, 15,5, 30 ungefähr, jene Region, die dort jetzt aktuell so als, ich sage mal, eine Art Inflection für die folgenden Stunden wahrscheinlich herhält und wir haben es heute früh schon gesehen, den normischer Ausbruch aus der Open Range hier an dieser Stelle, der gehalten werden konnte, der eh immer konnte gehalten werden, das sind alles, in allem sind das grundsätzlich positive Vorgaben. Ich muss jetzt hier ganz kurz ein bisschen aufräumen, einen Augenblick, so, schau mal eben, ob alles gut gestreamt wird, das sieht schon mal gut aus. So, hier noch einmal den Chat, da kann ich auch noch mal guten Morgen reinschreiben. Das müsste dann auch gleich bei Twitch ankommen. So, und hier wird auch alles gut gestreamt, sehr schön, das sieht schon mal fein aus. Ja, wie gesagt, also wenn ihr Fragen haben solltet, nutzt gerne die Möglichkeit, hier die Chatbox anzusteuern und eure Fragen entsprechend zu stellen, welche Märkte auch immer euch da interessieren dürften aktuell, welche Positionen ihr gerade habt, die wir diskutieren können und dergleichen, werfen wir definitiv einen Blick drauf. So, nochmal, wie gesagt, einmal hier der DAX, einmal hier in diesem Zusammenhang die gestrigen Tageshoße, also ganz besonders diese Region, die eben hat zunächst erobert werden können, Retest und jetzt kommen eben diverse Faktoren zusammen, besonders eben das Halten des EMAS an der Stelle, welches ich grundsätzlich erstmal als erstes Indiz eines bullischen Bias für den Handelstag dann auch nutze, um diesen Halter auch zu identifizieren. Wir können uns oberhalb eben dann stabilisieren und aus dieser Konstellation kann man dann hier erkennen, scheint es dann so zu sein, dass diese nach diesem Pull-in, den wir am Montag zu sehen bekommen haben und jetzt dieser Konsolidierung hier, dem Halten auch oberhalb von 15.400 Punkten, dass wir dieses kurzzeitiges, dieses Durchschnaufen eben potenziell abgeschlossen haben, so würde ich es mal bezeichnen, dass wir gegen diesen Bereich wieder auflaufen oder aufdrehen und sofern es jetzt gelingen würde, das ist natürlich erstmal abzuwarten, aber sofern wir es jetzt schaffen, eben hier neue Tageshochs zu markieren, würde darüber dann entsprechend der Bereich 15.630 Punkte aktiviert werden, das ist die Region um die Hochs von Montag, allerdings sehr dünn, also das ist hier um 0 Uhr gewesen, dieser Print, in Anführungsstrichen, also das heißt im vorbörslichen Handel, sonntags spät, querstrich ganz montags früh, tatsächlich haben wir während der Kasse oder als das Hauptvolumen in den Markt kam, diese Korrekturbewegung eben hier auf den Weg gebracht, deswegen kommt der ein oder andere vielleicht da auf die Idee zu sagen, naja, eigentlich ist das jetzt hier der Bereich um die derzeitigen Wochenhochs, ich nutze das dennoch so als Orientierung, weil es im Bereich einer runden Marke eben liegt und ausgehend hier von eventuell eine psychologische Signifikanz hat, grundsätzlich allerdings ist es so, dass wir oberhalb von 15.600 Punkten weitere Aufschläge erwarten sollten, die uns eben in Richtung hier zunächst einmal der 15.700er Region führt, beziehungsweise darüber dann in Richtung der 15.800er Gefilde, ich will mal ganz kurz Folgendes machen, ne, schon durch, also ich habe nämlich jetzt gerade schauen wollen, ob das jetzt am Freitag, der anstehende Freitag, ob das der dritte Freitag im Monat ist, was nämlich dann korrespondieren würde an der Stelle mit eben dem kleinen Verfall an der Eurex, wo wir dann auch nochmal einen Blick drauf werfen wollen, aber der war schon letzte Woche am 15.000, also demnach ist das dann nicht wirklich hinreichend oder nicht sinnvoll, an der Stelle einen Blick auf dieses Verfallstag-Diagramm zu werfen. Ja, wir können erkennen, die 15.700er Region hier, das ist auch aus der übergeordneten Perspektive im potenziellen Schlüsselbereich, oberhalb dessen hier mit Eroberung, sofern ein Bruch höher gelingt, dann weitere Aufschläge Richtung der 16.000er Region und somit der Allzeithochs freigelegt würde. Was ich derzeit, was ich wirklich relativ stark erachte, ehrlich gesagt, ist die Performance hier sowohl im DAX, als aber auch beispielsweise, also auch im Hinblick auf den US-Markt, also hier zum Beispiel der S&P 500 hat gestern die 4.500er-Marke zurückerobert, kurzen Augenblick, hat sich jetzt aufgehangen, und das gelingt, hier werfen wir gleich einen Blick drauf, auf Netflix an der Stelle, mache schon mal den Chart, bereite ich schon mal ganz kurz vor, beziehungsweise vorher einmal hier den Blick auf 10-jährige Zinsen, so, na, das ist ja vielversprechend. Das ist jetzt nicht so cool, ehrlich gesagt. Einen Moment, jetzt sieht es nämlich gerade so aus, als wenn die Plattform nicht erreichbar ist, vielleicht mit dem, jetzt haben wir einen Moment, hat das hier mit dem Browser zu tun? Ah, okay, ja, das ist natürlich blöd. Dann muss man es mal hier rüber, also das scheint damit zusammenzuhängen, dass hier das irgendwie mit Mozilla zusammenhängt. Okay, gut, das soll nicht das Problem sein. Also, wir, hier haben wir den S&P, und hier haben wir diesen stark bullischen Modus, der sich gestern auch weiter erstreckt hat, also wir können sehen, also hier auf Stunden war das ganz besonders, das konsolidieren oberhalb von 4.500 Punkten, also gestern, das ist hier oben links, das ist ein 5-Minuten-Chart, hier oben rechts, das ist die Stunde. Wir haben jetzt gestern keinen so spektakulären Handelsverlauf gesehen, aber dennoch eine klar auszumachende Bullshit-Drive, also das heißt, wir haben im Bereich um 4.500 Punkte hier eröffnet, 15.30 Uhr, und haben dann diese 4.500er Marke halten können und uns auch oberhalb stabilisieren können, auch bis in den Handelsschluss hinein, wir haben nahe der Tageshochs eben tatsächlich geschlossen. Das war eine insgesamt sehr, sehr starke Vorstellung erneut, was die US-Mech-Akte uns da entsprechend präsentiert haben. Die Allzeithochs hier um 4.550 Punkte sind in Schlagdistanz, also das heißt, es sind wirklich in Reichweite und aus dieser Konstellation ist es eben so, dass wir grundsätzlich weiter bullische Vorgaben erwarten sollten und jetzt kommt, das überrascht gerade derzeit dahingehend, das überrascht dahingehend, dass wir nämlich 10-jährige Zinsen weiter anziehen sehen. Also hier kann man deutlich erkennen, auch heute früh ganz besonders, im kurzen Spike über 1,67%, den wir hier zu sehen bekommen haben. Das waren die höchsten Niveaus seit nunmehr Mai, also Mai, Juni, diesem Bereich hatten wir schon bereits angelaufen. Und dieser ganz klar auszumachende Modus, also anziehende Zinsen in Folge anziehender Inflationserwartungen sind gemeinhin eigentlich etwas, wie wir uns erinnern, was korrespondiert, also besonders wenn es so dynamisch stattfindet, wie es stattfindet, post eben hier der letzten Fertsitzung und der darauf aufbauenden Spekulationen rund um einen Taper, dass das eigentlich zunächst negativ auf besonders den Growth-Sektor durchschlagen sollte. Der Growth-Sektor ist deswegen so relevant und signifikant, weil der Growth-Sektor einfach mal ein verhältnismäßig hohes Gewicht ausgibt von der Marktkapitalisierung im S&P 500 eben hat. Und das ist eben, also die Technik, die begeistert, das muss ich sagen, ganz kurz hier, es ist gerade hier das Bild eingefroren, aber es ist alles in Ordnung, es wird weiter gestreamt, also das hat mit der Software zu tun. Das ist also dahingehend beeindruckend, diese Anziehende Zinsen und dieser Performance, weil du normalerweise eigentlich damit rechnen würdest, dass wir hier ein Pull-In zu sehen bekämen oder dass der Markt eben auf diese anziehenden Zinsen eher bärisch reagiert, dass er das nicht tut. Das ist meines Erachtens nach ein relatives Stärkesignal und begünstigt weiter ganz klar die Long-Seite. Also das bedeutet etwas anders formuliert, man sollte sich, denke ich, vorsehen, hier die Short-Seite, dann kommen wir nochmal zurück auf den DAX zu spielen, einfach durch diese relative Stärke, die US-Märkte suggerieren und infolgedessen dann auch weitere Aufschläge für den DAX erwartet werden sollten. Also das bedeutet etwas anders formuliert, Intraday, solange wir oberhalb des EMAS handeln und solange wir oberhalb der gestrigen Tageshochs und oberhalb der 15.500er Marke eben handeln, ist hier ganz klar die Long-Seite zu favorisieren und sofern wir dann über die 15.570 bzw. rund gesprochen die 15.6 brechen würden, würde ich hier an dieser Stelle weitere Aufschläge erwarten, zunächst bis 15.7 und darüber hinausgehend eben in Richtung der Allzeithochs. Eventuell gibt es auch noch so einen, ich kenne es mal, Catch-Up-Move. Also das heißt, dass eben die aktuell hier relative Stärke im S&P, die sich zwar irgendwie widerspiegelt im DAX, aber dann nicht so widerspiegelt, wie man es erwarten würde derzeit, das führt eventuell dazu, dass wir hier im DAX nochmal einen dynamischen Kursanstieg sogar sehen. Das heißt also hier sich der US-Markt vielleicht aber verhältnismäßig, ich sag mal, relativ stark präsentiert, aber eher eine Aufwärtsdrift sieht, aber der DAX eben zeitgleich eben diesen dynamischen Lauf dann entsprechend auf den Weg bringt und das vielleicht auch begünstigt wird, müssen wir mal abwarten, dann im Hinblick beispielsweise auf den US-Dollar, die derzeitige Performance, also der US-Dollar sehen wir wieder, hat jetzt hier so ein leichtes Überrollen gegen die 1.1650er-Region gesehen und zieht derzeit wieder an, meines Erachtens nach potenziell begünstigt durch zeitgleich anziehende US-Zinsen. Der Grund dafür findet sich eben darin, dass das Zinsdifferenzial wieder zugunsten des US-Dollars sich ausweitet und dass das eben dann dazu führen könnte, dass der US-Dollar dann früher oder später wieder deutlich zurück unter das 1.16er-Level folgt, was natürlich potenziell, wenn auch nicht hauptsächlich, aber eventuell dann kurzzeitig beschleunigen für eine Aufwärtsbewegung im DAX sorgen könnte, denn eine Abwertung des Euros wäre an der Stelle eher, also ein schwacher Euro ist eher günstig für dann den DAX. Und das wäre durchaus auch nochmal ein Gedanke, den man so ein bisschen im Hinterkopf behalten sollte, hier aus dieser Perspektive. Wo wir gerade beim Euro-US-Dollar sind, auch wenn der tradingtechnisch jetzt nicht super spektakulär sich darstellt, aber mal schauen, ob es noch reicht für einen Retest hier, der der Abwärtstrandkanalbegrenzung setzt allerdings voraus, dass wir kurzzeitig auch über den 1.16.15er Bereich laufen. Derzeit sieht es eher danach aus, also ganz besonders dann, wenn wir jetzt hier diese Region um die ehemaligen Hochsbereich roundabout 1.16.20 bis 1.16.30.40, also das heißt unterhalb dieses Levels wieder rutschen würden, dann ist das eher eine Struktur dann fallender Hochs, fallender Tiefs, die sich herauskristallisiert, die darauf hindeutet, dass diese kurzzeitige Gegenbewegung gegen die 1.15er Region zum Erliegen kommt und dass wir dann im Bereich eben dieser ehemaligen Tiefs hier aus dem August einen potenziellen Short Trigger finden, gegen den wir dann nochmal in Richtung der Tiefs eben abverkauft werden, vielleicht an der Stelle, ich zwecke ein Fremde mal ganz kurz diese Linie hier, da könnten wir als Orientierung auch diese Trendlinie heranziehen, also das heißt aktuell ist der Gegenbewegungsmodus intakt und bleibt bestehen, solange wir diese Aufwärtssequenz hier nicht verletzen und diese Trendlinie brechen, sobald allerdings der Bruch erfolgt und somit, ich würde mal jetzt rund sprechen, sobald ein Fall unter die 1.16 auf den Weg gebracht würde, folglich dessen dann eben diese Trendlinie gebrochen würde, wäre es so an dieser Stelle, dass wir eben mit weiteren Abschlägen uns potenziell weiteren Abschlägen gegenübersehen, Ziele dann natürlich sehr, sehr niedrig, volatil, nicht so wirklich spektakulär, 1.15.80, darunter dann die 1.15er Region, 15.20er Region ungefähr in den kommenden Tagen. Was vor diesem Hintergrund, und jetzt haben wir da eigentlich die Möglichkeit, eine relativ zügige Brücke zu schlagen, durchaus interessant ist es, dass trotz anziehender Zinsen und trotz dieses jetzt erneuten Aufbegehrens des US-Dollars an dieser Stelle, dass sich trotz alledem sowohl Gold als auch Silber relativ stark präsentieren. Gold hat gestern tatsächlich, und da kommen wir dann auch gleich zu dem Trade-Gedanken, also das eine begünstigt jetzt so ein bisschen das andere, das baut aufeinander auf, Gold hat sich gestern relativ schwach präsentiert. Also ich war gestern, ehrlich gesagt, echt überrascht, wenn man sich die Performance im Hinblick auf den Silberpreis anschaut und diesen Stint in Richtung der 24er Region bei zeitgleich wirklich gefühlt überhaupt keiner Stärke, die sich in irgendeiner Form hier in Gold abgezeichnet hat. Also sprich, anders formuliert, wir haben zwar eine leichte Stabilisierung gesehen gegen die 1760er Region und sind dann nochmal in Richtung der 1780 Gefilde angezogen. Nichtsdestotrotz hat sich hier dann doch eine relative Schwäche besonders ab 15, 16 Uhr herauskristallisiert, mit einem auch dann, das war jetzt kein dramatisch volatiles Umfeld, aber trotzdem einfach einer relativen Schwäche, der sich Gold, nee, Verzeihung, Silber komplett entzogen hat. Und das ist durchaus etwas, was beeindruckend ist. Also man kann es nämlich im Gesamtkontext durchaus erkennen oder beziehungsweise erklären, dass hier Gold sich schwach präsentiert hat durch die anziehenden Zinsen, durch das Stabilisieren oberhalb von 1,6 Prozent an dieser Stelle und auch dem, obwohl der US-Dollar verhältnismäßig durch Wachsen eigentlich performt hat, also den sollte man eventuell nicht unbedingt heranziehen. Aber der Hauptreferenzpunkt, an dem ich mich hier orientiere, im Hinblick auf die Performance, die eben Gold präsentiert oder eben im Teil generell, ist eben der Zinsmarkt. Und das, was eben in dieser Konstellation unglaublich interessant ist, ist, dass sich trotz dieser anziehenden Zinsen Gold hat dieser Performance hier entziehen können. Also, nee, Moment, dass sich Silber hat dieser Performance entziehen können, Verzeihung. Also das bedeutet, etwas anders formuliert, Gold war gestern wie erwartet, wie erwartet performt und Silber hat das eben nicht getan, was ich ehrlich gesprochen als Zeichen relativer Schwäche interpretiere. Ich kann mir dieses Umstands natürlich nicht hundertprozentig sicher sein. Also das kann durchaus sein, dass das gestern einfach ein potenzielles Nenst, was mal Misspricing war, was dann auch dazu geführt hat, dass ich eben gegen die 24er Region zunächst mal Gewinnmitnahmen auf den Weg gebracht habe. Das hatte ich ursprünglich ja sowieso geplant. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht an meine Ausführungen letzte Woche am Freitag, als ich sagte, ich werde es mal ganz kurz hier vielleicht zeigen, das war hier so in diesem Bereich, 14. beziehungsweise hier dann am 15. am Freitag, wo ich sagte, nachdem wir diese Hochs, also diese, nennen wir sie mal Übertreibungshochs auf die Non-Farm-Payrolls am 8.10. markiert haben und diese haben dann erobern können am Donnerstag, hatte ich gesagt, eine Rücksetzer gegen diese Region 23.20, so diese ehemaligen Hochs, das ist ein potenzieller Bereich, um sich long zu positionieren halt und einen Stop knapp unterhalb der 23, da war so ein kleines Zwischentief, 22.90. Wir sind diesem Bereich nochmal angelaufen, ich hatte das gestern ja hier zum Thema gemacht gehabt, das war am Montag, wo ich schon dachte, der Trade ist eigentlich gestorben, also das sah danach aus, als wenn wir zurück unter die 23 droppen und dann hat Silber eben über Nacht, ab Dienstagmorgen eine unglaublich starke Performance hingelegt. Hat zwischenzeitlich hier Aufstiege gesehen, also schon morgens eigentlich, als wir hier das Morning-Meeting abgefahren hatten. Gestern früh hatten wir schon eine Performance von deutlich besser 2% und die beschleunigte sich dann noch so ein bisschen in Richtung eben der 24er-Region. Und diese Region hatte ich als ersten Bereich thematisiert, um eine kleine Position rauszunehmen. Ich hatte das anhand eines Beispiels gemacht, ich habe gesagt, gehe einfach mal davon aus, vier Kontrakte im Bereich um 23.20. Wir haben den Stopp unterhalb der 23 bei 22.90 und dann würden wir ein Viertel oder 25% der Position rausnehmen, sobald wir in dem Bereich um 24 vorstoßen. Ich habe dann folgendes gemacht, nämlich ich habe nochmal mir die Frage gestellt, ob ich da nicht vielleicht ein bisschen Wasser abgrabe, ob wir da nicht eine Möglichkeit haben, noch eine Squeeze über die 24 zu sehen, zu bekommen, die uns vielleicht sogar bis 24.50 erstmal führt. Eine massive Übertreibung und dass es dann einen Überrollen gibt. Und gestern habe ich dann eben genau vor dieser Entscheidung gestanden, soll ich die Position halten. Also ich habe jetzt nicht sofort da einen Take-Profit reingelegt für diese 25% der Position. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich an dieser Stelle natürlich hier gefragt, ob jetzt vor dem Hintergrund der relativen Schwäche bzw. der zeitgleichen bullischen Performance, die wir im Zins sehen, ob das nicht eventuell ein bisschen zu optimistisch ist, diese Squeeze zu sehen. Und genau das hat mich dann dazu veranlasst, im Bereich um 24 eben hier die Position rauszunehmen, Teilgewinn mitzunehmen, so nenne ich das mal. Und ich habe mich dann in den Abend hinein zunächst also erstmal als bestätigt gefühlt. Denn ich habe dann abends nochmal den Chart hier gecheckt gehabt und habe gesehen, dass wir nochmal einen Rücksetzer gesehen haben, deutlicher unter das 24. Level. Haben dann nochmal allerdings diese Hochs getestet. Und das ist wiederum jetzt ein sehr starkes Signal gewesen. Die haben wir nämlich verteidigen können. Das war so hier der Bereich, um diese Nennen wir sie mal Hochs, die dann, bevor ich hier getriggert worden bin, um 23.20, ausgebildet worden sind. Ein ehemaliger Widerstandsbereich also, der jetzt beginnt als Unterstützung zu fungieren. Und worum es jetzt geht im Endeffekt ist eigentlich, dass wir aus diesen Gefilden, was wir jetzt schon initial zu sehen bekommen, ein Aufdrehen zu sehen bekommen und dann über die gestern markierten Hochs laufen. Sofern das gelingt, ist ein nächstes anzuwesendendes Kursziel tatsächlich im Bereich um 25 Dollar. Also das heißt, das könnte ein stark bullisches Signal sein. Und das, was ich jetzt interessant finde, neben dieser charttechnischen Konstellation ist, dass wir uns trotz dieser Zinsen und Etablierung oberhalb von 1,6 Prozent hier, die eigentlich negativ wäre für Silber, dass wir uns trotzdem hier in Silber derart relativ stark präsentieren. Und diese Performance ist eben durchaus etwas, was mich dazu veranlasst, davon auszugehen, dass solch ein Stint in Richtung 25 auch relativ zügig auf den Weg gebracht werden dürfte. Ausgehend von nämlich dann über eine Überlegung, wonach wir sagen könnten, naja, sollten wir jetzt einen kleinen Rücksetzer an Zinsen sehen, weil wir vielleicht ein bisschen weit gelaufen sind auf der Oberseite, beziehungsweise ich will mal ganz kurz was machen. Einen Augenblick, bin sofort da. Ich will mal ganz kurz übergeordnet auf den Wirtschaftszahlenkalender einen Blick werfen. So, ich gehe mal ganz kurz bei mir auf die Webseite unter Marktanalysen. Dann findet ihr oben den Tab, da kommen immer die DAX-Analysen täglich rein. Da habe ich ein kleines Widget eingebaut. Moment, ich gucke da mal in. Es gibt heute wichtige, nein, es gibt keine wichtigen News. Es gibt einige Zahlen für den Ölmarkt an der Stelle, Mittwoch. Ja, aber nichts, nichts, nichts Weltbewegendes. Guck mal ganz kurz, wie die Situation morgen aussieht. Einen Augenblick. Existing Homesales, also ein bisschen was vom Immobilienmarkt. Initial Job ist Claims verliefert. Also, Wirtschaftszahlen technisch sind wir verhältnismäßig dünn. Also, das bedeutet, aus der Warte sollten wir jetzt nicht unbedingt erwarten, dass da Impulse geliefert werden. Aber nichtsdestotrotz, also diese Performance, die wir hier zu sehen bekommen, die ist stark für den US-Dollar, beziehungsweise eigentlich bärisch für eben Gold, Silber. Aber dass sich Gold, Silber, beziehungsweise Silber ganz besonders, an der Stelle dieser Tendenz entziehen können, das ist eben ein potenzieller Treiber, der uns dann in die Situation versetzt, diesen dynamischen Lauf in Richtung der 25er-Gefilde erwarten zu dürfen. Ja, das also im Hinblick auf... Das hatten wir gerade auch schon, oder? Das also im Hinblick hier auf... Machen wir so. Das funktioniert jetzt ja auch wieder. Das also im Hinblick auf das, was meinen Silbertrade aktuell eben angeht. Wie gesagt, aktuell läuft alles nach Plan, gegen die 24 einen Teil rausgenommen, den Rest stehen lassen. Stop habe ich auch mittlerweile auf die 23,20 nachgezogen. Also das bedeutet, der steht jetzt auch schon tatsächlich auf Break-Even. Das heißt, den kleinen Gewinn habe ich für den Trade auf jeden Fall realisiert und bin halt jetzt im einflüschlichen Driver's Seed. Also das heißt, erwarte jetzt tatsächlich bei einem Überrollen der Zinsen, sofern das stattfindet, diesen Spike auf der Oberseite ausgehend von der derzeit ganz klar auszumachen, einer relativen Stärke. So, werfen wir einen Blick auf die Netflix-Zahlen von gestern, beziehungsweise zunächst einmal hier einen Blick auf eben das übergeordnete technische Bild, bevor wir dann auf die Netflix-Zahlen zu sprechen kommen. Noch einmal ganz kurz, ich hatte das gestern schon zum Thema gemacht, Schlüsselbereich, der dürfte hier liegen, in Bezug auf die aktuelle Erwartungshaltung auf diese Earnings im Bereich um diese Tiefs, die letzte Woche hier ausgebildet worden sind. Das ist so die Region roundabout 6,20 ungefähr, 6,23, 6,24, wo ich mir vorstellen könnte, mit einem Break könnte vielleicht ein Stint nochmal ein Retest der 600er gefiltert zunächst stattfinden. Und das sind also jetzt die technischen relevanten Level. Also hier kann man auch sehen, die 6,20er-Region offensichtlich eine entsprechende Signifikanz. Auf der Stunde ist das deutlich erkennbar. Die Zahlen, alles in allem, die Netflix präsentiert hat, gestern nachbörslich, also hier ist nochmal der Earnings-Kalender, hier Netflix, hier ganz kurz das, was uns heute ansteht, also Tesla nachbörslich, da werfen wir gleich einen Blick drauf. Der eine oder andere wird vielleicht auch einen Blick werfen hier auf Verizon beispielsweise, also VZ. An der Stelle müssen wir allerdings mal abwarten, ob die so dynamisch werden. Also wie gesagt, unsere Herangehensweise ist eben jene, dass wir uns das Volumen betrachten, ist das in Relation zu dem durchschnittlich gehandelten Volumen mindestens 10%, ist die Aktie also heiß, nimmt der institutionelle Handel es entsprechend wahr. Sofern die Antwort darauf ja ist, lohnt das einen tieferen oder näheren Blick. Das gleiche gilt auch heute im Hinblick auf Netflix. Wie gesagt, Netflix, gestern Zahlen, alles in einem solide, da gibt es nichts daran zu deuteln. Also wir hatten gestern, haben ja gesagt, oder ich hatte gesagt, gesagt, im Hinblick in Antizipation auf, diesen Earnings Release EPS, also Gewinn pro Aktie, Earnings per Share, beziehungsweise auch Revenue, das sind zwei Kennzahlen, die da weniger signifikant sind. Das, was eigentlich von Interesse ist, ist diese Kennzahl hier. Das heißt also Streaming Paid Net Change. Das heißt, diejenigen, welchen, die für das Kerngeschäft Streaming-Dienstleistungen von Netflix bezahlen und wie sich diese Zahl eben entsprechend präsentiert. Also hier sehen wir Earnings per Share, besser als erwartet, Revenue, Umsatz im Bereich dessen, was erwartet worden ist. Das kann dir eigentlich nicht gefallen. Also das ist eine Downward Revision. Also das heißt, die Revenue Guidance fürs vierte Quartal wird nach unten revidiert, beziehungsweise, also das ist der Earnings per Share, der Gewinn pro Aktie. Wir haben hier den Revenue, tatsächlich, der ist leicht nach oben revidiert, aber im Bereich der Erwartung. Also mixt aus dieser Perspektive wird das weitere Wachstumspotenzial. Aber wie gesagt, das, was hier erstmal, vielleicht dann auch initial, diese bullische Reaktion nach sich gezogen hat. Ich will das mal ganz kurz hier in der Nachbörse zeigen, was da passiert ist. Das ist ein Tageschart. Wir wollen, zack, kurzfristig uns das betrachten. Da gab es einen initialen bullischen Sprag auf der Oberseite. Hier, da wurde in der Nachbörse, wurde die Aktie gehandelt bei 663 Dollar und es war tatsächlich sogar ein Spike auf neuer Allzeithochs. Durch was begünstigt, also durch was begünstigt auch immer. Eventuell ist die Zahl im Hinblick auf die hier, zack, auf die Streaming-Paid-Users an der Stelle, die über der Erwartung veröffentlicht worden ist. Also besser als 10% oberhalb dessen, was erwartet wurde seitens der Street, also der Wall Street hier, seitens der Analysten. Eventuell war das der Grund für diesen Spike auf der Oberseite. Natürlich begünstigt, durch ein auch entsprechend sehr dünnes Umfeld insgesamt. Wir sind dann allerdings relativ zügig von diesen Übertreibungsniveaus abverkauft worden und handeln auch jetzt in der Vorbörse. Also das ist der nachbörsliche Handel in blau und hier das Orange-Farben hinterlegte. Das ist jetzt der vorbörsliche Handel, der seit 10 Uhr unserer Zeit eben möglich ist. Wo allerdings unsere Referenzmarke, in Anführungsstrichen, die 14 Uhr Schwelle ist. Und was wir jetzt hier zu sehen bekommen, ist, dass wir unterhalb der gestrigen Tagestiefs eröffnen, auch unterhalb der nicht ganz, also wie gesagt, das ist ein dünnes Umfeld, signifikant ist hier eigentlich meiner Einschränkung, nach hier dieser Bereich, um diese Tief, 6,29 ist es ungefähr, unterhalb dieses Levels uns stabilisieren können. Das wäre übrigens auch etwas, da würde ich sagen, das ist die potenzielle Inflection für heute, an der ich mich orientieren würde. Also 6,29 ist das Schlüssellevel der Nachbörse, wenn wir uns darunter halten können. Und auch unterhalb von WeWop hier an dieser Stelle, dann wird es in Anführungsstrichen ernst dahingehend, dass wir nämlich dort dann erwarten sollten, dass es eine Attacke auf diese untere Range-Begrenzung, die sich hier herauskristallisiert hat in den letzten Tagen, also im Oktober jetzt in Antizipation auf diesen Earnings Release, dass dann eine Attacke stattfindet und dass dann auch nicht nur eine Attacke stattfindet, sondern dass gegen diese mit einem Bruch auch weitere Abwärtsdynamik erwartet werden dürfte. Was wiederum nämlich jetzt genau das widerspiegelt, was ich schon sagte, durch diesen Breakout, der hier auf den Weg gebracht worden ist und auch diesen Retest, der schon erfolgt ist, das war am Ende des vierten Quartals, ist einfach schon sehr, sehr viel Positives in den Kursverlauf eingepreist worden im Hinblick auf diesen Earnings Release. Also das heißt, wir sind jetzt im klassischen Umfeld bei The Rumors, Sell The News und so extravagant oder so außergewöhnlich gut waren die Kennzahlen, die jetzt Earnings hier an dieser Stelle eben die Netflix hier präsentiert hat, waren die einfach schlichtweg nicht. Also das heißt, das ist mixed, ja Streaming Paid Net Change liegt über der Erwartung, aber es ist jetzt eben nicht so, dass man sagen würde, wow, das ist outstanding, das ist wirklich crushing. Auch vielleicht sogar ganz besonders vor dem Hintergrund dessen, wie weit wir schon gelaufen sind. Und das lässt mich dann eben zu dem Schluss kommen, dass diese Aktie wahrscheinlich eher in diesen News Release verkauft werden sollte. Das wie gesagt gilt ganz besonders und dann nochmal hier in der Vorbörse, sofern wir uns eben unterhalb von 629 präsentieren. Also das ist die Inflection für heute. Wenn dieser Bereich nicht zurückgeobert werden kann, bin ich für den Tag heute für Netflix eher bearish und würde eine ernsthafte Attacke auf die 620 erwarten, beziehungsweise dann eventuell auch einen Bruch tiefer unter dieses Niveau gehen. Ja, das also zu Netflix, dem Earnings Release. Ein Blick noch auf Tesla, wo wir auch einen Blick drauf werfen. So. Gestern final dann mal ein bisschen durchgeschnauft. Also, was meine ich mit durchgeschnauft? Wir sind ja schon mit ziemlichen Vorschlusslorbeeren jetzt in die neue Woche gestartet. Gap up, 8,50 gehalten. Gap konnte gehalten werden. Starker Drive auf der Oberseite. Wir laufen bis über 6, äh, 8,70, Verzeihung. Ähm, und jetzt gestern eben mal so eine, in Anführungsstrichen, Mixed Performance. Seit langem. Also seit langem bedeutet hier, wir sehen im Monom schon seit nunmehr fast einer Woche fortwährend eigentlich Aufschläge und ein Antizipieren an das wirklich Outstanding Positive Earnings Release. Also wirklich ein extra, extra ordinär positiver Release, der hier vorweggenommen wird. Also wir sind eigentlich hier wirklich gut für dieses Szenario Buy the Rumors, sell the news. Beziehungsweise Gap up. An der Stelle mal gucken, vielleicht gibt es das auch in der Nachbörse bereits, den kurzen Spritzer hier auf neue Allzeithochs über die 900er-Marke. Das ist natürlich auch aus rein psychologischer Perspektive ist das relevant. Könnte also heute nachbörslich durchaus super interessant werden. Wir sehen also dann eventuell diesen kurzen Flasch auf der Oberseite und dann muss ich ganz ehrlich gestehen, dann ist es wirklich durchaus im Bereich dessen, dass man sofern die Möglichkeit eurerseits besteht, also das wird hier jetzt im Falle von Mark, das ist auch tatsächlich nicht das Umfeld, in dem man sich gemeinhin tummeln sollte. Also jetzt außerbörsliche Quotierung eben zu traden, ich gehe mal davon aus, dass ausreichend Liquidität verfügbar sein wird, im Falle jetzt von Tesla nachbörslich, also da wird wahrscheinlich einiges an Stücken umgehen. Nichtsdestotrotz sollte man Vorsicht walten lassen, aber sonst, wie gerade bei Netflix mit diesem kurzen Spike nach oben, nicht nachhaltig, ist durchaus eine Option, die auch hier für Tesla eine Option darstellt, kurzer Spike über die 900, in die ich tatsächlich bei einem entsprechenden Überrollen eher shorten würde, weil ich nämlich erwarte, dass wir dann jetzt mit sehr viel Vorschluss Lorbeeren in diesen Earnings Release laufen und dass wir dann eben entsprechend früher oder später, also eher früher als später ehrlich gesagt, diesen Pull-In zu sehen bekommen, der uns nochmal in Richtung dieser Trendlinie hier führt. Das würde nicht das Bild irgendwie eintrüben in irgendeiner Form. Also der Ausblick für Tesla bleibt ja ganz klar bullish, aber ich muss gestehen, ich glaube wir sind schon doch jetzt artweit gelaufen, auch im Anschluss eben an die Delivery Numbers, die jetzt am 2. Oktober veröffentlicht worden sind, deutlich die Erwartungshaltung haben über übertreffen können und wo wir dann einfach jetzt in dieser Konstellation ein Umfeld vorfinden, wo ich sagen würde, ehrlich gesprochen, ich erwarte hier an dieser Stelle eher dieses By the Rumors Sell the News Event. Also kurzer Pop auf der Oberseite und innerhalb dann der nächsten 1,5-2 Wochen, wenn überhaupt, vielleicht geht das auch wesentlich schneller, tatsächlich ein Retest, nochmal ein Rücksetzer in Richtung der 800er-Gefilde, vielleicht sogar ein Drop unterhalb dieses Niveaus bis in Gefilde um 770, wo ich dann allerdings wieder sagen würde, sofern solch ein Szenario sich beginnt zu manifestieren, wäre ich gegen diesen Bereich, also diese ehemaligen Hochs hier, dann auch wieder in Erwartung dann eines früher oder später erfolgenden nachhaltigen Laufs auf neue Allzeithochs und auch Push über das Tausender-Level an der Stelle, wäre ich gerne Long. Also da müssen wir uns nämlich auch vor Augen führen, wenn wir jetzt hier gegen diesen Bereich 770, 780, ich will das mal ganz kurz hier aufzeichnen, Long positionieren, in Erwartung, also machen wir mal 87 an der Stelle und wir gehen davon aus, dass das die Initialzündung ist für eine Bewegung in Richtung der Tausender-Region, dann sprechen wir hier an dieser Stelle von 220 Dollar Aufschlagspotenzial, das wir setzen in Relation zu den 780 gegen die wir uns Long positionieren, dann, ich rechne das mal ganz kurz aus, aber man kann schon erkennen, dass wir dann selbst im ungehebelten Bereich eine Performance haben nochmal von 28%, die da durchaus denkbar wird. Also das heißt, und das ist ehrlich gesprochen noch ein konservatives Ziel. Also ihr seht, mein Ausblick für Tesla, alles in allem, ist weiterhin extrem positiv und die jüngste Performance auch hier und auch die psychologische Signifikanz dieses Bereiches, das ist also durchaus etwas, was man auf dem Schirm haben sollte und infolgedessen wir auch hier für die kommenden Wochen, Monate eventuell noch sehr, sehr viel mehr bullische Outperformance-Potenzial haben. Eventuell ist das sogar dann die Initialzündung für einen Verdoppler innerhalb der nächsten sechs bis neun Monate. Also das heißt, in den ersten Handelsmonaten des Jahres, nochmal Voraussetzung, natürlich bleibt alles ruhig, es kommt nicht zu massiven Verwerfungen durch weiter anziehende Inflationserwartungen, Spikes in Zinsen auf der Oberseite und dergleichen, aber selbst denen kann sich Tesla jetzt wiederum im Vergleich zu dem, was wir hier im Februar, März zu sehen bekommen haben dieses Jahres, verhältnismäßig gut entziehen. Also nur um das mal ganz kurz einzuordnen, als wir hier im März diesen Rücksetzer gesehen haben, diese Korrektur von den aktuellen Allzeithochs von 900 Dollar bis runter in den Bereichen um 35 bis 55, haben wir zeitgleich im Hinblick auf die US-Zinsen haben wir in ähnlichen Gefilden tatsächlich notiert. Ja, hier. Das ist natürlich zusammengefallen mit dem zuvor auch schon bereits sehr, sehr starken Kursanstieg, den wir hier zu sehen bekommen haben und in einfach mal massiver Verwegnahme dessen, was im Hinblick auf die anstehenden Earnings-Releases und die Wachstumsaussichten von Tesla bereits eingepreist war. Also das heißt, wir sind auch schon sehr, sehr stark auf der Oberseite gelaufen gewesen und das war natürlich ein verhältnismäßig giftiger Cocktail, der für solche eine Korrekturbewegung gesprochen hat. Wir sind diese Niveaus dann hier nochmal im Mai angelaufen, auch hier dieses Überrollen, nochmal der Retest und das Halten der 535, 55er Region, auch das korrespondierte damals mit anziehenden Zinsen. Also sprich, hier, das war dann April, Mai, da sind wir nochmal in diese Gefilde um 1,7% für 10-jährige Schuldtitle gelaufen und rollten dann über und haben dann eben über den Sommer hinweg diese deutlich abnehmenden Zinsen im Tier in 10-jähriger Natur gesehen, wo wir dann 50 Basispunkte und mehr eben entsprechend zurückgesetzt sind. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, wir sind zinstechnisch im gleichen Gefilden unterwegs, aber Tesla hat eben in der Zwischenzeit nunmehr, ausgehend von den jüngsten Quartalsberichten, schon begonnen, eben diesen überdehnten Modus abzubauen, diese Konsolidierungszone und das wiederum ist alles in allem ein Umfeld, welches ich per se für sehr, sehr bullisch erachte. Und wie gesagt, das wäre vielleicht ein Geschenk an der Stelle schon fast, wenn es dann diesen Rollover gäbe und diesen Retest dieser Trendlinie der 77, 77er-Region infolge nämlich bei der Erwartungshaltung das Ausgehen von dort dann entsprechend eben ein sehr, sehr dynamischer Bruch über die Tausender Marke in den kommenden Monaten wahrscheinlich und das Ausbrechen somit aus dieser Konsolidierungszone eben entsprechend dann auf den Weg gebracht werden dürfte. Das ist auch deswegen brisant, erinnert euch mal daran in der Konstellation, diese Parallelen, die ich immer gezogen habe, zwischen Tesla und Netflix zum Beispiel. Netflix hat eine ähnliche Growth Story hinter sich und hat dann in dieser Konstellation immer die gleichen Muster vollzogen in Anführungsstrichen. Fast vertikaler Kursanstieg, Konsolidierung horizontal über mehrere Monate nächster Breakout auf der Oberseite oder mehrere Monate querstich manchmal sogar über ein Jahr und ähnliches sieht Tesla eben jetzt aktuell mit einem sich kontinuierlich hochhangeln an das obere Range-Ende in Anführungsstrichen oder an das obere Ende dieser Konsolidierungszone und wie gesagt sollten die Zahlen heute diesen kurzen Spike nach sich ziehen ist ein kurzer Pull und denkbar der Modus doch ein bisschen heiß gelaufen ist aber gegen diese Region sollten wir uns gegen 77, 87 eben entsprechend konsolidieren können ist das durchaus eine interessante Überlegung für die kommenden Monate als Play dann auch längerfristig eben an der Stelle mit dem Ziel dass es zu einem Break über das Tausende Level eben tatsächlich kommt ja also ihr könnt erkennen aus der Perspektive heute die Tesla Earnings nachbörslich sind auf jeden Fall ein Blick wert so jetzt kommen wir zu Bitcoin wir handeln hangeln uns heran wir sind im Bereich um die Allzeithochs knapp unterhalb hier ich hatte gestern in dieser Konstellation ja schon ein bullisches Szenario skizziert und ja dieses bullische Szenario das scheint sich auch mehr und mehr heraus zu zu manifestieren also diese steigende Dreieckstruktur die hatte ich gestern hier schon zum Thema gemacht ich hatte gesagt solange wir diese Trendlinie übergeordnet halten können bleibt der Modus weiterhin ganz klar long und wir sehen jetzt hier dass wir über diese gestern markierten und thematisierten Hochs um 62.500 brechen in diesen Gefilden eben jetzt auch nicht nur dann die Allzeithochs anlaufen sondern auch auf diesen hohen Niveaus eben stabilisieren uns und demnach die Wahrscheinlichkeit dass es hier zu einem Breakout auf neue Allzeithochs auch hier zeitnah eben tatsächlich kommt ist massiv hoch ehrlich gesagt ich gehe wirklich davon aus dass wir dass wir hier wie ich das auch schon in den letzten Tagen skizziert habe einen ähnlichen Verlauf wahrscheinlich sehen vielleicht sogar noch ein bisschen heftiger das was wir hier im Hinblick auf den Bruch auf neue Allzeithochs Anfang Februar gesehen haben also sprich dass der Bruch auf neue Allzeithochs sehr dynamisch erfolgen sollte und vielleicht sogar dann in einem Zug sofort straight away die 70.000er Mark angelaufen wird das hat mit auch damit zu tun auch hier Stichwort obwohl das nicht wirklich eine Korrelation ist aber auch das sollte man natürlich so ein bisschen im Hinterkopf behalten Stichwort eben anziehende Zinsen Fremdkapitaleinsatz beziehungsweise in Anführungsstrichen spekulativer Exzess in einem Umfeld in dem das Geld teurer wird also im übertragenen Sinne eigentlich die Marktliquidität entzogen wird potenziell siehst du eigentlich eine Risikoversion der Markthernehmer die sich dann besonders in solchen spekulativen Assets wie beispielsweise eben Bitcoin oder auch so starken Growth Titeln wie Tesla widerspiegelt dass die sich diesem anziehenden Zinsdruck komplett entziehen das sind deutliche Stärkesignale eigentlich und die sollten auch nicht ignoriert werden die sollten schon gar nicht gefadet werden also dass man jetzt in irgendeiner Form sagt hier sind wir kurz vor ein Doppeltop das ist die Überlegung klar auch im Hinblick jetzt auf Bitcoin ich hatte gestern schon gesagt vielleicht gibt es hier sowas wie einen Stuff in Anführungsstrichen also das heißt kurzer Pop auf neue Allzeithoß und dann laufen wir wie gegen eine Wand und sehen sofort einen scharfen Abverkauf eben dass dann so eine Art Blockorder in den Markt kommt ich muss allerdings gestehen dass mir das Szenario also das müsste das kann auftreten das sollte auf jeden Fall im Hinterkopf behalten werden aber es scheint mir durchaus nicht realistisch ehrlich gesagt im derzeitigen Umfeld ausgehend von den jüngsten Entwicklungen die jetzt auch im Hinblick beispielsweise auf Bitcoin ETFs Mann ist wirklich anstrengend mit dem Hubsen langsam ich will das mal ganz kurz hier zeigen Bitcoin ETF das ist sie guck mal ganz kurz wir könnten natürlich jetzt hier die New York Times nehmen als Headline aber ich weiß nicht an der Stelle ob der Artikel nicht hinter einer Paywall steckt ne steckt er nicht das ist schön sehr gut also wir sehen wir Bitcoin comes to the big board es ist jetzt so dass die SEC ein Approval davor ist gegeben oder schon gegeben hat weiß ich gar nicht an der Stelle dass es eben einen Bitcoin ETF gibt und dieser dieser Schritt jetzt eben dann Bitcoin an der Stelle auch Papier Bitcoin handelbar zu machen das ist so ein bisschen jetzt die Frage im Kern ist das ist das ähnlich im Grunde genommen ich habe gestern ein wunderbares Bild gesehen ich müsste jetzt mal ganz kurz gucken ob ich das noch finde allerdings fällt mir gerade ehrlich gesagt ich guck mal ganz kurz vielleicht habe ich das hier noch offen im Smartphone da habe ich das nicht weiter scrollt ehrlich gesagt guck mal ganz kurz ziemlich lustig ehrlich gesagt auch im Hinblick halt auf die auf die ne finde ich jetzt nicht mehr also Stichwort jetzt das ist auch immer das was dann als als Gegenargument ins Feld geführt wird Stichwort zum Beispiel Gold ETFs sind die denn auch wirklich mit real physischem Gold hinterlegt in dem Fall ist es eben so das stellt das stellt das so ein bisschen in Frage ob das nicht das Kernelement des Bitcoins oder Kryptowährung generell eben hier unterminiert ehrlich gesagt ob das überhaupt das Papier wert ist auf dem es hier gedruckt ist aber wir machen es eben handelbar auf breiter Front und demnach spielt es weniger eigentlich eine Rolle vielleicht ist das schon fast eine philosophische Diskussion wir als Trader wir interessieren uns für Märkte die sich eben bewegen und dieser Schritt in Richtung eben Bitcoin dem Mainstream zugänglich zu machen ob es sich jetzt um einen realen Bitcoin handelt was es definitiv nicht tut wenn wir hier von einem ETF sprechen spielt dabei nur eine sekundäre Rolle alleine dieser psychologische Effekt den das nach sich zieht ist gut in dem Kontext dafür eben hier diesen dynamischen Break höher nach sich zu ziehen weil er einfach mal zeigt dass an der Stelle eben jetzt Bitcoin Mainstream in Anführungsstrichen ankommt durch diesen SEC approveden Bitcoin ETF der eben auf den Weg gebracht wird und deswegen muss ich ganz ehrlich gestehen glaube ich könnte ich mir sogar noch einen wesentlich dynamischeren Break und dann auch entsprechende Follow-Through bei einer Markierung neuer Allzeithochs vorstellen also ihr seht ich würde mich hier an der Stelle wirklich ganz klar long in Richtung dieses Momentums positionieren und sehe weiterhin auch keinen Grund hier in irgendeiner Form skeptisch zu werden für Bitcoin und weiteres das böllische Potenzial solange diese kurzfristige Aufwärtstrendlinie gehalten werden kann also sprich anders formuliert ein Stop für solch einen Trade den ich hier absetzen würde der läge im Bereich irgendwo um 62.000 wahrscheinlich wenn wir unter dieses Niveau droppen würden dann wäre das vielleicht ein Grund etwas skeptischer zu werden das ist jetzt auch hier potenziell die Breakout-Region aber in Summe ist es auf jeden Fall so dass ich hier derzeit eben diesen böllischen Follow-Through auf der Oberseite erwarte vielleicht kurzfristiger orientiert das muss ich ganz ehrlich gestehen wenn ich jetzt ein bisschen drüber nachdenke ist relativ weiter Stop ehrlich gesagt 2.000 Dollar aus den aktuellen Gefilden vielleicht können wir auch ein bisschen enger mit einem Stop schon unterhalb der heutigen Tagestiefs hier arbeiten das ist so der Bereich 63.500 ungefähr ist CRV-technisch vielleicht ein bisschen attraktiver das Risiko was natürlich besteht ist dass wir hier kurzzeitige Flashouts auf der Unterseite zu sehen bekommen das wäre natürlich äußerst unangenehm an der Stelle nichtsdestotrotz also wie gesagt das bullische Breakout-Potenzial hier für Bitcoin ist meiner Einschätzung nach definitiv enorm auf der Oberseite und wie gesagt wäre nicht überrascht wenn da wirklich ein massiver Follow-Through stattfindet der uns dann auch in Richtung 70.000 und höher fühlen könnte so also das noch zu Bitcoin Netflix Tesla Gold ich glaube das dürfte es im großen Ganzen tatsächlich gewesen sein zunächst einmal ich glaube schon jetzt gucke ich noch mal ganz kurz ganz kurz ah Anliech schreibt noch was zu Silber sehe ich gerade kurz noch einen Blick so da greifen wir noch mal kurz einen Blick drauf ja also wie gesagt es unterminiert einfach im Kern Blockchain Technology und dergleichen und also Anliech schreibt für die Akzeptanz ist es auf jeden Fall gut aber ich persönlich würde so eigentlich ein ETF mit Sicherheit nicht kaufen also das ist genau auch der Punkt der von vielen auch im Hinblick auf Gold ins Feld geführt wird den GLD beispielsweise diesen Gold ETF oder beziehungsweise den SLV an der Stelle das ist das gleiche nur in Bezug auf Silber das was 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 er in Anführungsstrichen dort gesehen wird ist eben der PSLV der PSLV das P das bezieht sich hier auf Physiker das heißt also jeder jedes ausgegebene Zertifikat oder jeder erworbene Anteil ist unterlegt mit dem realen Silber an der Stelle und das wäre jetzt im Hinblick mal gucken ob es irgendwann mal einen True Bitcoin ETF gibt in irgendeiner Form wie auch immer sich das dann auswirken würde also sofern das überhaupt möglich ist an der Stelle das würde vielleicht potenziell nochmal ein bullisches Momentum auf den Weg bringen aber unterm Strich ist das erstmal nichts anderes als ein Zockerpapier also dieser Bitcoin ETF wie gesagt akzeptanztechnisch ja aber das hat kein True Value an der Stelle einfach also das hat keinen wachen realen Wert der unterliegt so Trendlinie Trendlinie ob die nochmal angelaufen wird jetzt müssen wir ganz kurz gucken also das ist die übergeordnete Trendlinie ich glaube nicht dass du die meinst sondern du wirst wahrscheinlich ich gucke mal ganz kurz wahrscheinlich diese hier meinen wäre auf jeden Fall also ob ich meine dass die nochmal angelaufen wird ich bin long insofern ich hoffe nicht dass die nochmal angelaufen wird ich bin befangen aber es ist eine Option die hier denkbar ist das würde dazu führen dass wir auch parallel dazu nochmal diese Hochs hier anliefen und dann auch bestätigen würden also ich würde natürlich dann gegen diesen Bereich aufdrehen das Momentum hoffen zu sehen zu bekommen also das wäre eine Bestätigung dieses Ausbruchs eben an dieser Stelle ein Retest dieser Trendlinie und demnach das Bestätigen dieses Calls Unterstützungsbereich so würde man das wahrscheinlich aus rein technischer Perspektive würde man das bezeichnen auch wenn ich ehrlich gesagt favorisieren würde dass wir gleich hier auf der Oberseite bitte durchmarschieren also das wäre ein bisschen stressfreier in der Führstrichen für meinen Trade an der Stelle möchte natürlich sehen dass sich der positiv entwickelt aber nochmal sollten wir jetzt hier ein tieferes hoch markieren wäre das auf jeden Fall ein Bereich der auch als Schlüsselregion fungieren könnte ich will das mal ganz kurz einzeichnen was ich meine also wenn wir jetzt hier gegen diesen Bereich aufsetzen würden dann ist natürlich klar dann haben wir hier ein hoch dann haben wir hier ein hoch haben ein tieferes hoch und dann müssen die Bullen jetzt hier gegen diesen Bereich auf jeden Fall zeigen dass sie es ernst meinen denn andernfalls besteht nämlich die Gefahr dass diese Struktur gebrochen wird also nicht mal ein Trade wieder ausgestoppt sondern es würde sich auch die Frage stellen ob diese Bodenbildung hier vollzogen wäre oder ob das nicht nur ein kurzes Überschießen dieser Trendlinie wäre wo es dann nochmal die Möglichkeit gibt vielleicht sogar kurzer lang einen Retest dieser Region hier um 21 Dollar zu sehen zu bekommen on about 21,50 ungefähr also sprich anders formuliert wenn wir hier ein tieferes hoch markieren muss gegen diesen Bereich hier Nachfrage in den Markt kommen und wir müssen dann zügig neue Hochs markieren weil andernfalls eben dieses Szenario irgendwas mal hier 1 an der Stelle eben wahrscheinlicher werden würde also ja ja ah ok das das ist interessant also ich finde allein die Formulierung finde ich schon irgendwie ein bisschen irritierend ehrlich gesagt physisch hinterlegte Bitcoin also da merkt man schon dass das ein ziemlich abstraktes Produkt ist vielleicht auch deswegen dass also dieser Abstraktionsgrad sich das als physisch vorzustellen also auch zum Beispiel wenn man diese wie heißt denn das Thumbnails bei YouTube zum Beispiel sieht wenn man zum Beispiel so ein Bitcoin als Münze hat oder dergleichen das ist das ist tatsächlich das hat ja nichts mit Bitcoin zu tun das handelt sich eben nur um eine Kryptowährung es ist ein ein rein digitales Produkt an der Stelle also wirklich physisch anfassen kann man das nicht auch die Blockchain kann man nicht anfassen und ich finde das ganz interessant also jetzt denkt man sich okay was sollen jetzt die Diskussion Stichwort Akzeptanz also für diejenigen die da vielleicht so ein bisschen Schwierigkeiten haben und sich fragen was ist damit gemeint also sobald du solch ein Produkt auf den Weg ein Produkt welches diesen hohen Abstraktionsgrad einfach hat ist das etwas oder was ich damit meine wenn ich sage es kommt im Mainstream an oder es wird jetzt eben von der Wall Street es wird greifbar für die als wenn auch rein spekulatives Produkt aber an dieser Stelle eben etwas was aus dem von dieser Akzeptanz potenziell eben nochmal kurstreibend wirken kann ich glaube das sollte man nicht unterschätzen also das ist ein wirklich weitreichender psychologischer Effekt der getriggert wird auch wenn wie gesagt eigentlich unterm Strich dass das Papier nicht wert ist auf dem es eigentlich gedruckt ist wenn man es jetzt mal nett formulieren möchte sondern ein rein spekulatives Produkt eben tatsächlich ja gut ja das wäre es das wäre es soweit meinerseits tatsächlich gewesen also auch im Hinblick auf die Einschätzung von Silber wie gesagt ich würde mir wünschen dass wir sofort neue Hochs markieren dass wir die gestrigen markierten rausnehmen wenn wir diesen Bereich nochmal anlaufen wäre schon schön wenn die 23,50 halten würde wohl andernfalls muss ich auch sagen dann willst du auch nicht mehr long sein weil dann besteht nämlich wirklich die Gefahr dass wir auch zurück unter die 23 eben tatsächlich rutschen derzeit aber nochmal ist die Performance von Silber auch von Gold generell einfach relativ stark also durch eben wenn man sich das in Relation anschaut den Zins der sich oberhalb von 1,6% vor 10 Jahre stabilisieren kann auch die derzeit wieder aufkommende US-Dollar Stärke an der Stelle kommt es hier zu einem Rollover geht dem US-Dollar so ein bisschen die Luft aus an der Stelle wäre das vielleicht nochmal deutlich dramatischer Bulle streibend dann ganz besonders für Silber wo wir durchaus eine relative Stärke ausmachen können aber eben auch beispielsweise dann für Gold so ja das also an der Stelle meinerseits dann hoffe ich ihr habt ein bisschen was mitnehmen können für euer Trading also wie gesagt habt das auf dem Schirm Tesla heute nachbörslich mit Zahlen morgen werden wir es auf jeden Fall betrachten hier im Morning Meeting auf jeden Fall geht gar nicht anders an der Stelle wir haben auch morgen noch einige Titel die ich auch in der Vergangenheit schon hier Trading-technisch als durchaus interessant erachtet habe also Crocs beispielsweise das ist dieser Schuhhersteller ich hätte dazu mal ein Tutorial gemacht AT&T mal gucken Snap ist auf jeden Fall Trading-technisch ganz interessant Intel kommt auch mit Zahlen also da kommen definitiv noch einige Earnings-Releases auch in den Wochenschluss hinein die wir auf dem Schirm haben werden die wir morgen dann im Morning Meeting auch nachdem wir Tesla natürlich nachbetrachtet beziehungsweise eventuell vorbetrachtet haben eben entsprechend beleuchten wollen und ja soweit soweit wäre es das erste Mal meinerseits gewesen Happy Trading Passt auf die Stops auf Abonniert gerne den Kanal wenn euch das Video gefallen hat beziehungsweise lasst gerne ein Like hier wie gesagt Kommentare gerne unterhalb des Videos und morgens 10.30 Uhr haben wir uns hier wieder gemeinsam mit Markets und dann schauen wir auf wie gesagt den Earnings von Tesla beziehungsweise auf den hoffentlich erfolg Breakout auf der Oberseite Neu als Zettos und in Bitcoin schauen wir mal also Happy Trading passt auf die Stops auf habt euch wohl macht's gut bis dann und tschüss und und Vielen Dank.